Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das dreiteilige Kochmesser-Set aus dem Hause Wolfgangs. Chefmesser, Schneidemesser und Brotmesser. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieses Kochmesser-Set für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Kochmesser-Set werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Kochen wurde im Jahre 2020 und sehr wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang im Jahre 2021 nochmal ein ganz besonderes Thema. Warum? Naja, wenn Restaurants zu sind, dann ist es halt schwierig, ständig irgendwo draußen, sag ich mal, sich das Essen zu genehmigen, weil die Gaststätten sind halt einfach geschlossen. Klar, hier und da kann man was mitnehmen, aber das ist für viele Leute auf Dauer auch nicht die Lösung. Und deswegen hat sich der Fokus wieder mehr auf das Selbstkochen zu Hause gerichtet, denn die Supermärkte sind ja prall gefüllt mit tollen Zutaten. Da braucht man aber, wenn man ein leckeres Gericht kochen möchte, auch das richtige Kochwerkzeug. Und der Vorteil von so einem dreiteiligen Kochmesser-Set ist, dass es natürlich für viele Gerichtszubereitungen verwendet werden kann. Und da sowas auch einige Zeit lang hält, bin ich der Ansicht, dass es sich hierbei durchaus um eine interessante Anschaffung für die Küche handeln kann. Preislich würde ich dieses Kochmesser-Set aus dem Hause Wolfgangs so in etwa ins Mittelfeld einordnen. Das ist meine Einschätzung. Ob es für dich das passende Kochmesser-Set ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Es gibt viele Kochmesser auf dem Markt, also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welche am besten zu deinen Vorstellungen passt. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften hier auch noch genauer anschauen. Langlebiges Küchenmesser-Set. Das ist natürlich angenehm für so Küchenwerkzeuge. In jeder Hand angenehm griffig liegen. Das ist auch wichtig für Messer, weil du willst da ja auch gut mit umgehen können. So, was haben wir noch? Klingenschärfe auch ein wichtiger Aspekt. Widerstandsfähig und langlebig. Hochwertige Optik. Also die Optik, finde ich, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Sieht, wie ich finde, wirklich sehr ansprechend aus. Aber ganz klar kann auch wirklich jeder Küchenfreund selbst entscheiden, ob er das jetzt als stylisch und hochwertig ansieht oder nicht. Robuster Griff. Edelstahlklinge. Ja, diese und weitere Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir auch selbst nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Insgesamt betrachtet bin ich der Ansicht, dass dir hier ein faires Angebot für Küchenzubehör gemacht wird. Aber ganz klar, ob du jetzt sagst, das kannst du für deine Kochpläne gebrauchen oder nicht. Ob du jetzt sagst, ja, dieses Kochmesser-Set gefällt dir oder nicht. Das sind alles Sachen, die du freilich alleine entscheiden kannst. Mach dir doch noch dein eigenes Bild zu diesem dreiteiligen Kochmesser-Set aus dem Hause Wolfgangs. Das Amazon-Angebot werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Meiner Einschätzung nach ein faires Angebot für Küchenwerkzeug. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass ich dir mit meinem Video weiterhelfen konnte. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir viel Spaß und Erfolg beim Kochen. Alles Gute, ciao.